Upsi Popsi Mann Scheiß Scheiß Was Warte Schaut grad auf, wann sagt mein Tor was googlen, aber da ist mir grad aufgefallen, aber da hat die Aufwand dann gestorbt Stopp So Na na pass Muss dann nur wenn dann So Jetzt bin grad überlegen Ach man, mein Handy hab ich auch nicht hier, mein zweite Handy hab ich auch nicht hier Toll Was möchtest du googlen? Ne Ähm Nach nem schönen Haus vielleicht Für mich Ah Wollten wir nicht hier Das ich zum Beispiel hier Ne Im Grundstück Da haben wir dann so ein XXL Grundstück Ja Sowas würden wir machen Äh Ja Achso Warte mal dann mal Abstecken Ja genau Dann ist einfach hier die Blöcke Steinblöcke Wollt Ja oder das Wo ist das? Hast du das? Äh weiß ich nicht, das müsste oben in der Extrakiste sein, hinten in der Kieskiste Äh Äh Kieser da Oh Diorit ist ein bisschen wenig Äh nimm Granit Weil das Problem ist Diorit dann kommen die nachher mit meinen Grenzen durcheinander Äh Äh Dann wärst du das auch genauso breit machen Weiß ich gar nicht wie breit das ist Äh ne ich meine Länge mal wie das hier oder? Äh Ja Dann wär ich mich an diesem Pfosten hier orientieren So Äh Scheiße Da 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 Überleg dir das mal einzuglätten Oh boah ganz easy Ne ne viel schlimmer hier hinten steigt das noch mehr an ne? Das ist nicht nur so ein bisschen wie hier bei uns Hier hinten steigt das ja erst richtig an Ganz easy peasy So äh bis jetzt Hm Weiß nicht Weiß nicht ist das jetzt hier so genau wo ich schrittstück so stehe Da passieren geht das Oder? Äh weiß ich nicht genau ach ja ich hab ja auch auf Äh Äh Nein Hier ist keine Nein Ist auch kein Da Na bitte warte einen kurzen Moment Da Also muss ich eigentlich Und hier Auch noch Und hier Da No name Gut Äh Dann muss ich das hier machen Das müsste genau der Block sein Äh Hier Ja Das müsste genau der Block sein Also du bist hier musst du das machen meine ich D slash In Ne musst du i angeben Oh scheiße hier ja Es gehört uns Ja Hier muss Ja Ja ist dann Ne bloß Das war genau weil ich halt Einen Mehr genommen Hatte damit ich hier sicherheitshalber noch Hier Muss ich eigentlich machen Ja Aber ich habe den Tor falsch gesetzt Natürlich kann ich Ja Ja ich glaube das wird mir sehen So Wie breit Weiß nicht Weiß nicht Wird kurz gucken das ungefähr Hi Ja Reiß ich Ja 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 Ich habe keine Pil Kannste mal kurz das wieder abbauen Ja warte ich guck jetzt Ja okay dann guck du schon mal wo das hin muss Weil das Problem Ich würd das nämlich jetzt nicht weg machen Sondern ich würde jetzt erst gucken wo der hin muss. Der muss nämlich jetzt genau hier hin. Der muss jetzt hier hin, wo ich bin. Du musst vom Land aus kommen. Hä? Achso, warte. Ja, warte. So. So, jetzt kaschiert der Turm. Da der Turm, oder was? Ja. Ja, dann hast du genau die komplette Landzone drin. Okay. Hast du eine Schlaufel dabei, oder auch nicht? Äh, nee, du hast eigentlich die Schlaufel gehabt, oder nicht? Ja, ich hab alles. War ja jetzt nur, ob ich dann schon mal hätte weitergehen können. Gut, dann, äh, 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 äh. Du kannst einfach quer rüber gehen, weil der braucht eh nur zwei Ecken. Achso. Ähm, äh, 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 äh. Ähm, äh, äh. Ähm, äh, äh. Ah, mhm. Da ist er Pfosten, hier ist, oder nicht? Kann man kurz laufen? Ne, ich war so, da, da. Da ist er Pfosten, okay. Hier, also. Ja. Ja. Mann, Mann, Meier. Scheiß, kein Nickel. Hä, der stand nicht mal da, das ist ja das Dumme. Du? Okay. Ja, pass. Ist okay. Ja, es ist kein Moderator, mal da. Witzig, flaxen. Ja, moin. Egal, ist das scheißegal. Wir haben ja abgestelligt und dann können wir auch einfach morgen. Ja. Ich kann nicht mal spritzen. Ja. Da, da, da. Oh, so groß wie ein Brot. Ja, zwei geben können wir. Dann hab ich nur noch fünf. Fressendes Pack, alter. Hm, hm, hm. Ich wäre so gern Hilfe. Mach nicht, boom. Mach nicht, boom. Dann ist Ossi ganz böse auf mich. Dann wird sein Haus kaputt. Ich esse noch ein paar Kartoffeln, ne? Aber so weniger. Ja, wir haben ja auch noch ein paar im Ofen. Und halt wirklich nicht viele, aber... Machen wir mal ein paar Kartoffeln mit. Ausgewogene Ernährung. Kartoffeln und Brot. So, ähm... Wie lange geht denn noch die Aufnahme? Drei Minuten. Okay. Nein, zwei. Wir könnten ja hier in der Ecke, weil... Ganz ehrlich, ich möchte hier in die Ecke was bauen. Weiß ich nicht. Dann könnten wir hier einfach ausheben, so ein bisschen. Und hier so ein klein Teilchen machen. Ich will sehen, wo der Ecke hat man mitgebracht. Jo. Äh, da gucke ich vor kurzem Wasser einmal. Genau, da ist ein Wasser. Äh, wir haben eine geheime Quelle unterm Brunnen. Achso, ja. Aber weiter musst du buddeln, ist egal. Lauf nach da oben. Bin ich schon so. Was ist das für geil? Was aus mir egal wäre, so... Bei Dschungel gibt es auch dieses spezielle Wasser, wo es so konisch ist. Das ist auch immer so eine Art Dschungel. Das ist der geheime Bunker. Nein, 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 nein. Das ist einfach nur unten von der Mine, so ein Stück. Ja, da kann man jetzt nicht mal einen Weg bauen. Da kommt der Weg nach hier. So von hier oben. Vor allem ist halt, den kann ich jetzt nicht mit der Schippe ziehen. Wusste, Leute? Das ist wirklich ein Bunker. Also. Mach das Wetter mal weg hier. Yes, man. Der Schalter gewesen. Ja, wohl nicht wahr sein, halt. Und dann... Ja. Ja, kommt das hier zum Prüfer. Und hier ging es eigentlich mal rein. Fabi, man, machst du das gut, ey. Wie ein Profi. Das ist ein Naturteig, ja? Meine Pekke ist kaputt. Das ist ein Naturteig, also muss da Wasser rein. Sieht richtig schön aus. So ein bisschen Wasser. Wasser, 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 Wasser. Fabi, isst du auch Weizenkörner? Ja. Ich bin ein Hohn. Ah Gott! Ah! Hühner! Ah, Hühner! Sooo! Sooo! Hier noch und da noch und da noch und so... Ah, das ist so elektro, oder? Nö, das waren nur die Umstellung von Tag auf Nacht. Äh, oder von Nacht auf Tag, oder? Ja. Okay, Usi, du kannst... Die sehr naturlich aussehen. Fluten! Juhu! Juhu! Was? Juhu! Ja, weh. Sogar 30 Steingewinn gemacht. Hühner! Müsste es so, alles so... Ja, ich brauch schon immer so gleichmäßig sein, ja, oder? Äh, ja, 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 ja. Oder wir können hier hinten... Juhu! Aber, Leute, ich sag, das war eine nächste Folge. Welche Folge fallen lassen? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein! Bis morgen! Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!